Herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Mein Name ist Oliver und heute geht es um das Xiaomi Mi Mix 3. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ja, das Flaggschiffjahr 2018 ist im Grunde genommen abgehakt. Zumindest für den deutschen Markt ist es beendet. Die Produkte sind angekündigt, die Produkte sind auf dem Markt. Die Produkte wurden von mir getestet und die Flaggschiffreihe hat auch ein Ende genommen. Allerdings ist es international noch nicht vorbei und es wird uns tatsächlich auch noch ein Flaggschiff in diesem Jahr erwarten, welches mit Snapdragon 845 bis zu 10 GB Arbeitsspeicher und Co. auf den Markt kommt. Und zwar möchte Xiaomi mit dem Mi Mix 3 nochmal ein Zeichen setzen. Es wurde bisher nur in China auf den Markt gebracht und angekündigt, soll aber dann auch in den kommenden Wochen als internationale globale Version angekündigt werden. Vermutlich sogar noch im Dezember und dürfte dann auch in Europa, in Spanien, Italien und Co. auf den Markt kommen. In Deutschland ist Xiaomi ja immer noch nicht offiziell vertreten. Allerdings wird sich dann in den kommenden Wochen auch sehr leicht ein Modell importieren lassen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch Anfang 2019 Xiaomi dann zu uns in Deutschland oder offiziell nach Deutschland kommen wird und offiziell vertreten sein wird. Ich habe ein Mi Mix 3 erhalten, konnte es mir anschauen. Wie gesagt, es ist nicht die Version, die globale Version, sondern die Version für China. Sprich, wir haben die Google Play Services und Co. nicht. Und ich habe mir auch ehrlich gesagt die Mühe gespart, die jetzt zu installieren. Ich werde dann, falls das Modell als globale Version kommt und falls es auch für uns relevant wird, nochmal genauer behandeln. Hier in diesem Video möchte ich erstmal so einen kleinen ersten Eindruck zu diesem Gerät liefern. Das Xiaomi Mi Mix 3 ist sehr hochwertig. Das Keramik auf der Rückseite hebt das Modell dann doch ein bisschen auch von der Konkurrenz ab, macht es allerdings auch ein kleines bisschen schwerer. Es ist eben ein großes, schweres, solides Modell. Es besitzt im Gegensatz zu vielen anderen Smartphones keine Notch. Es hat auch relativ dünne Displayrände. Allerdings löst man das natürlich nur, indem man aktuell auf eine Notlösung, nenne ich das jetzt mal, setzt. Xiaomi hat sich hier für einen Slider entschieden. Das ist kein, im Gegensatz zu Oppo, kein mechanischer Slider, sondern ein manueller. Sprich, man muss es selbst mit der Hand von oben nach unten schieben. Dieser Slider ist robust. Er wirkt auch so, dass er lange Zeit hält. Xiaomi selbst verspricht natürlich von offizieller Seite, dass er sehr lange hält, dass man sehr viele Slider-Vorgänge damit machen kann. Er wackelt so ganz leicht, jetzt aber auch nicht unbedingt tragisch. Aber was ich persönlich auch festgestellt habe, ist, dass ich A, unter diesem Sliders Staubansatz, sammeln kann. Sprich, man hat natürlich eine Smartphone-Einheit und diese Display-Einheit. Und die sind so ein bisschen voneinander getrennt. Und durch diese Lücke in der Mitte kann auch Staub sich ganz einfach ansammeln in dem Gerät. Und das fände ich jetzt persönlich nicht unbedingt optimal. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass ich zwar den manuellen Mechanismus zum Sliden besser finde. Also jetzt vor allem im Vergleich zum Oppo Find X, wo ich ein bisschen sorgen hätte, ob dieser Slider vielleicht irgendwann kaputt gehen könnte. Das hätte ich jetzt hier nicht so sehr. Allerdings muss ich auch sagen, dass das Sliden nicht ganz so angenehm ist. Oder dass man das Gerät eben dadurch beim Entsperren oder wenn man die Frontkamera haben möchte, dass man das eben manuell nach oben schieben muss. Und wenn man jetzt vor allem im Winter vielleicht etwas trocknere Hände hat und dann über das Display wischt, dann ist das nicht unbedingt so, dass es griffig ist. Die Vorderseite ist rutschig, die Rückseite ist rutschig. Und ich musste tatsächlich feststellen, dass ich, um den Slider zu bedienen, nicht immer beim ersten Mal den Slider einfach nach unten oder oben, je nachdem, wischen konnte und sagen konnte, okay, jetzt habe ich die Frontkamera für mich oder zum Beispiel auch zum Entsperren mit dem Gesicht für mich. Und das fand ich dann doch persönlich ein bisschen, ich will nicht sagen nervig, aber es hat so ab und zu ein kleines bisschen diesen Beigeschmack gehabt, dass ich sage, okay, das ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Lösung dauerhaft für ein Smartphone. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass diese Art und Weise der Bauweise auch zwei Nachteile mit sich bringt. Einmal haben wir hier keine Stereo-Lautsprecher, was man vielleicht noch irgendwie lösen könnte, aber diese Bauweise von Smartphones mit Slider lässt es auch aktuell anscheinend nicht zu, dass wir ein wasserdichtes Gerät bekommen. Sprich, dieses Modell ist nicht wasserdicht oder hat auch keine IP-Zertifizierung. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass es in einer gewissen Art und Weise wasserdicht ist, wie zum Beispiel ein OnePlus-Smartphone, also mit einem Xiaomi Mi Mix 3. Sollte man nicht in die Nähe von Wasser kommen, das würde ich persönlich nicht riskieren. Dafür sind die Slider-Anteile dann doch ein bisschen zu anfällig. Und was mir auch noch aufgefallen ist, was ich allerdings persönlich sehr, sehr positiv finde, ist, es ist ein Modell, welches cheap ist, sprich kabelloses Laden. Und man legt auch ein G-Pad mit in den Lieferumfang. So was würde ich ehrlich gesagt gerne von allen Smartphone-Herstellern auf diesem Markt sehen. Ich möchte hier nicht groß auf die Performance eingehen, denn dafür würde ich persönlich tatsächlich die globale Version der Oberfläche von Xiaomi abwarten. Dafür müsste ich das Gerät aktiver im Alltag nutzen. Dafür würde ich es gerne auf Deutsch nutzen wollen und nicht unbedingt in der englischen Version, wo ich mir dann irgendwie nebenbei die Play-Services installiere. Aus diesem Grund möchte ich euch jetzt hier auch kein Fazit zur Akkulaufzeit oder zur Performance bieten. Natürlich war die Performance super. Ich meine, wir bekommen aktuelle Hardware mit genügend Arbeitsspeicher. Aber mir persönlich ging es eher so ein bisschen um den ersten Eindruck. Was halte ich persönlich von diesem Konzept des Mi Mix 3? Und das hat mir auf den ersten Moment sehr gut gefallen. Wie beim OPPO Find X ist es so, wenn man so ein Gerät ohne Notch und ohne großen Rand sieht und quasi nur noch Display in der Hand hat, dann ist das natürlich beeindruckend. Dann macht das Spaß. Und ich finde auch beim OPPO Find X, wenn man den Slider nicht benötigt, ist das wirklich ein super Konzept. Sobald es bei mir allerdings dann dazu übergeht, dass ich die Frontkamera benötige, zum Beispiel zum Entsperren oder auch einfach um ein Selfie von einem selbst zu machen, aus was für Gründen auch immer, in diesem Moment kommt eben dieser Slider zum Einsatz. Und sowohl der mechanische Slider als auch dieser manuelle Slider sind für mich nicht die beste Lösung. Das spricht aber, wie gesagt, auch nur für mich persönlich. Und ich persönlich muss auch einfach dazu sagen, es würde mich jetzt nicht stören, wenn ich eben oben eine kleine Displayeinkerbung, die wir ja mittlerweile als Notch bezeichnen, hätte. Ich hätte lieber ein Smartphone, welches dann IP-zertifiziert ist, welches Stereo-Lautsprecher besitzt und die üblichen Standards von 2018 mitbringt, dafür aber eben diese kleine Aussprache im Display besitzt und eben keinen Slider besitzt. Dieses kleine Stück Display kostet verdammt viele Dinge, auf die man dafür im Umkehrschluss verzichten muss und auf die ich persönlich nicht verzichten wollen würde. Da wäre es mir persönlich als persönliche Präferenz dann doch wichtiger zu sagen, okay, ich habe auch ein ähnlich gutes Fullscreen-Display mit wenig Rand, nehmen wir jetzt ein iPhone X oder sowas, habe aber eben einfach diese ganze Technik oben drin in dieser Notch und das ist so der aktuelle Stand für mich 2018. Aber ich finde es trotzdem schön, dass wir Konzepte wie das Xiaomi Mi Mix 3 oder auch das Oppo Find X haben. Wir wollen uns irgendwann natürlich in Richtung Fullscreen-Display, sprich gar keinen Rand mehr an gar keiner Seite bewegen und dafür benötigen wir Lösungen. Und diese Lösungen kommen nur, wenn wir Dinge ausprobieren und wenn wir Konzepte wie das Mi Mix 3 auf den Markt bringen und schauen, ob es funktioniert, ob es vom Nutzer angenommen wird, ob es vor- und ob es Nachteile bringt und wenn wir es testen, das macht Xiaomi mit dem Mi Mix 3 und das rechne ich Ihnen auch hoch an. Ich finde es interessant, dass man nicht einfach nur weiter kopiert, sondern sagt, okay, jetzt probieren wir es mal mit einem komplett eigenen Konzept, einer eigenen Idee und die hat man eben im Mi Mix 3 umgesetzt. Man hat sie gut umgesetzt. Es ist ein schönes Smartphone, ein großes Smartphone, aktuelle Hardware, aktuell wunderbar. Ich persönlich würde einfach nur nicht mit diesen Nachteilen leben wollen, um dieses bisschen mehr Display dann im Endeffekt dafür zu bekommen. Trotzdem ist es aber auch wie beim Find X natürlich beeindruckend, wenn man dieses Display ins erste Mal sieht. OLED-Display, schöne Farben, gute Darstellung, alles wunderbar. Wie gesagt, diese Nachteile wären für mich persönlich einfach ein K.O.-Kriterium. Ja, das war mein erster Eindruck, mein erstes kurzes Fazit zum Xiaomi Mi Mix 3. Wie gesagt, kein Modell für Europa aus diesem Grund macht. Ein Testbericht meiner Meinung nach auch noch überhaupt keinen Sinn zum aktuellen Zeitpunkt. Über Dinge wie Akkulaufzeit und so weiter kann man da noch nicht viel sagen. Ich wollte euch diesen Eindruck aber einfach trotzdem schon mal liefern und sagen, was ich so persönlich von dem Gerät halte und was ich so festgestellt habe. Und jetzt, wenn das Modell höchstwahrscheinlich dann in den kommenden Wochen für Europa vorgestellt wird und dann vielleicht auch Anfang 2019 in Deutschland bei den üblichen Shops erhältlich sein wird, lohnt es sich höchstwahrscheinlich nochmal einen zweiten Blick auf es zu werfen. Und falls es der Fall sein wird, dann werde ich das natürlich auch nochmal machen und dann werde ich auch nochmal ein weiteres Fazit zu diesem Modell nachreichen. Falls euch dieser erste Eindruck aber soweit schon mal gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich wie immer bei einem Daumen hoch freuen. Lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr vom Xiaomi Mi Mix 3 haltet. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.